Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die als Kind in den Zaubertrag gefallen sind. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki. Und wir machen jetzt wieder das 30-Sekunden-Battle. Und bei diesem 30-Sekunden-Battle nennt ihr alle Begriffe, die euch einfallen. Und der Daniel fängt an mit allen Begriffen zu dem Thema Deutsche Städte, keine Dörfer. Wiesbaden. Hamburg. Köln. Berlin. Limburg. Bremen. Wittstein. Hannover. Mainz. Goslar. Goslar. Berlin. Dresden. Leipzig. Düsseldorf. Stopp. München. Ja, ist durch. Bei 30 Sekunden hat der Daniel gelost. Ja, das ist es. Wenn man zu lange wartet, dann ist es drum. Also, Daniel hat das Battle verloren. Ungefähr das 500. Battle, das er verloren hat gegen Christian. Aber macht ja nichts. Ein totes Kuhn trinkt ja auch irgendwann mal ein Korn oder so. Genau. Und wenn es ein Doppelkorn ist. Ich sag, Cheerio mit Sophie bis zum nächsten Battle. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.